Heute habe ich eine ganz besondere Ehre. Heute sind wir hier von Michel herrrichten. Das ist eine Premiere, die Bossa der Salonerie hat. Nein, ich bin zwar auch bei dir dabei gewesen, aber mittlerweile sage ich auch nicht mehr, wann komme ich mit dem Tepi nicht. Und deswegen ist es auch nett, wenn wir das jetzt mal festhalten haben. Und deswegen freut es uns, dass wir mit dem Heim kommen. Und Lucchi, jetzt eine Frage, wo geht der nicht eigentlich um das ganze Jahr? Der Milch ist eigentlich gut aufgehoben. Das ganze Jahr ist wie ein Freisen und dann kriegst du mit dir. Dann taucht es halt langsam wieder auf. Ah, ok. Und das liegt nun alles los am Herrichten, oder? Wir richten ihn hier in der Garage, ja. Und nachdem wir ein paar Tage nicht verstauben, bis zum Samstag, bis es auf den Baumaugen kommt, dass es dann auch richtig berg drauf ist und gut. Ah, ok. Und das ist eigentlich alles wie eine Zeremonie, oder? Den mich lohnt zu legen und herzurichten. Die Gegebenheit lässt sich zu wünschen. Auch wenn nicht beieinander sein, dass die in die Tradition auch leben lassen. Und einfach Kirchstatt sein lassen. Ich würde sagen, das ist auch mal eine Wurst. So haben wir Kirchstatt sein dort. Und jetzt in der Zeit, überhaupt im August, wo sich alle auf dem Kirchstatt freien. Und ja, und die Birsche zackt geht das noch weiter. Das geht den Augen zum Baum noch. Ich bin am Samstag noch ausgemacht. Zuerst ein paar Knödel zu essen. Und gemütlich herzurichten. Und um eines, wenn man an der starten Augen auf dem Festplatz, die Löcher, wo der Baum noch aufgestellt wird. Und dann musst du den Michel noch für drei Tage auf dem Baum montieren. Und gut. Das ist richtig verstanden. Der Michel lässt auch Knödel mit. Wie viel ist das? Einerhalb. Einerhalb? Ja, ich weiß, was Ihnen erwartet. Was ich, dass ich den letzten Mal... So… allergiert ja keiner, oder? Nein, dye, 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 dye. Weiß ich ja meistens, weiß ich. Und wenn sich nichts wegspricht, nur weil du bist, das Lied genau, chợst nicht weg, wenn es zu viel heiß ist, wie geht, ist... Da ist ein paar Probleme. Es schreit wohl, dye, 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 dye. Es geht. Es geht, ja. Ja, aber stell dir vor Ort, weil wir müssen drei Tage auf einem Baum haugen. Dann brauchen wir wohl dye dye, 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 dye dye, dye dye. Das, wo ich schwitzen kann, sei kein Zeich. Aber der Michel ist einfach wie ein robuster Kerl. Ja, und was für die Wärme ist, ist auch für die Kälte. Und wenn es richtig fett ist, trägt man. Was ist das, wenn man nicht fett hat und alles? Sehr schön. Sehr schön. Gut. Danke. Danke, dass ihr noch gemerkt habt. Und noch, sei sich gut, wenn wir noch einen Mägen in Michel und Elch drei Tage noch begleiten. Ganz gerne. Wenn man es auch schon mal mit dem einen Mägen vorbühren. Acho mal ribe. Wärm ein bisschen. Ja. Nein, ich bin doch ganz einfach. Eine kleine Handtaste. Ganz gut. So, das ist kein Trickjob. Oh, das ist in Ordnung. Höher? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017